Recht herzlich willkommen zur 269. Folge von City Skylines. Ja, ich hatte mir ein bisschen was angeguckt, unser öffentlicher Nahverkehr, warum, wieso und weshalb. Es ist einfach schwierig, auch aus anderen Sachen zu gucken. Ich habe es mir angeschaut und es ist viel, viel zu tun. Aber ja, da spricht der eine von kurzen Linien, die dann ertragreich sind und Geld bringen. Der nächste spricht davon, ja, du musst aber ein Wohngebiet mit einem Industriegebiet verbinden, damit die da rum können. Ja, dann kriegst du mit, das, was wir ja schon getan haben, dass wir hier so Fußwege auch haben, die darüber führen, weil die gerne zu Fuß gehen. Dann interessiert mich aber mein ÖPNV wiederum nicht, weil dann verdiene ich da ja kein Geld mit. Und solche Sachen halt, es ist relativ schwierig wohl, das gerade zu ziehen, wie es am besten passt. Vor allem das Problem ist, deine Fahrzeuge stehen im Stau. Was mir am meisten gefallen hat, war eigentlich, dass man ein Straßennetz hat, was zwischen Fußwegen und Dingens funktioniert und Bus funktioniert und die eine separate Straße fahren. Das fand ich schon richtig stark. Also, wo nur der Bus von A nach B fährt, ohne dass jemand anders da fahren kann. Das fand ich schon cool. Ja, da schießt es noch, Feuerwehr muss rein und Müll muss rein. Sonst würde das Depot dann halt dementsprechend das Problem haben, dass das abfackelt oder aber der Müll einen Riesenberg ergibt. Das waren die Dinge, die da noch standen. Jetzt wäre die Frage, was man da tun möchte. Das ist so eine Buslinie. Das ist ja schon fast eine U-Bahn-Linie. Dann bringt mir die U-Bahn wahrscheinlich das auch nicht. Aber wir sehen hier, hier ist unser letztes Ding, wo die Busse jetzt alle weg wollten. Und wir müssen gucken, dass wir hier den Verkehr irgendwie auflösen. Aber das ist ja auch noch so ein Problem, was wir gar nicht hinkriegen, ne? Ja, da gibt es ganz viele schöne Geschichten, die man da im Workshop kriegen kann und sowas, die hier natürlich solche Probleme wegmachen. Wie wir hier sehen, das ist ganz schlecht, ne? Zwei Kreuzungen direkt nacheinander, ne? Warum war das so? Warum geht das nicht auf 1? Das ist doch die Auffahrt und das ist die Abfahrt, oder? Die könnten doch auf 1. Vielleicht sollten wir das nochmal ändern hier. Äh, da. Dann müsste ich das Haus da wahrscheinlich abreißen. Aber das ist vielleicht dann auch der beste Weg, das zu tun. Hier mal das weg. Und diese Straße nehmen wir dann auch weg, oder? Was lässt die dann noch alle? Jetzt fahren sie natürlich alle da drauf, ist klar, ne? Können wir dann, äh, hier an dem Punkt ansetzen und er geht. Da lang. Und Ja, macht er nicht anders wie so, ne? Na, komm. Dann müssen wir jetzt das abreißen. Ja, ihr müsst jetzt woanders lang fahren, geht halt grad nicht. So, jetzt ist es nur noch eine Kreuzung. Vielleicht wird es jetzt dadurch auch besser. Sieht ganz danach aus, ne? Na, können wir da noch was blau machen? Ne, das war das andere blau, das. So, und jetzt könnte es sich ja hier ein bisschen entspannen, dadurch, dass es nur noch eine Kreuzung ist. Und wir können jetzt mal gucken, äh, dass wir hier Kreuzungsbereich haben, eine Ampel. Äh, ja. Achso, ich muss da, ne, achso, wir haben grad das falsche Tool noch an. Glaub ich, dass es daran nach. So, jetzt geht's. Und wir machen da mal die Stoppstraße raus und hoffen, dass es dann besser läuft. Mach mal weg. Ich glaub, Verkehr wird etwas flüssiger. Ja, hier oben gibt's schon Lücken, die da vorher nicht waren. Ja. Baut sich vielleicht ab, oder? Gehen wir von aus, dass hier alles okay ist. Teilt sich erst danach, oder? Machen wir hier grad eine andere Ansicht. Ja. Hm. Das ist hier die Frage, wie machst du das hier? Das ist bestimmt auch eine Ampelkreuzung. Ja. Ich würd da auch die Ampel wegmachen und so machen. Obwohl sich's ja hier zurückstaut, aber es könnte sein, dass die dann häufiger fahren wie mit der Ampelkreuzung, oder? Sieht auf jeden Fall besser aus, oder? Ja. Könnte es natürlich hier umtauschen, aber da fahren doch recht viele, ne? Aus der Seite kommen natürlich ganz wenig, nur, ne? Und die stauen sich und stauen sich und stauen sich ganz weit weg. Dahin ist schon der Stau. Ja, das ist die Frage, wie kriegst du da weg, ne? Gucken, wo die hin wollen, ne? Nee, das war schon richtig hier. Und, ne, Routen waren das. Routen auf dem Stück anzeigen, ne? Also, die Hälfte will da lang. Die andere Hälfte will da lang, ne? Nehmen die mal alle grad raus. Den wollten wir nicht mehr haben. Die LKW nehmen wir auch grad raus. 50 Prozent. Die meisten fahren natürlich da lang, ne? Und viele sind es da auch. Also, das teilt sich wirklich da. 50 da, 50 da. Jetzt ist die Frage, wie kriegst du sie da rüber? Eigentlich müsste man da nur einen Rechtsabbieger haben und dann den Linksabbieger da lang, ne? Geht das? Können wir hier drehen? Kriegen wir das jetzt so hin, dass der so geht? So, gucken, was da passiert. Ob das mehr angenommen wird, ist die Frage. Wahrscheinlich wollen die hier vorne noch weiter raus und dann nimmt keiner an, weil die schon hier alle runter sind, ne? Man müsste die Kreuzung da definitiv anders bauen, ne? Ja, zwei Brücken mit Einwandstraßenregelung, oder wie? Genau, das können wir nur machen, so. Die Idee ist vielleicht gar nicht so verkehrt, das bauen wir um. Ne, Straße war schon richtig, ne? Und Zweispurstraße ist da auch richtig. Ist natürlich riesengroß. Geh mal einen höher. Bastel die mal da hin. Machen wir das andere Tool hier mit gerade Straße erstmal dafür an. So. Und Ja, wie machen wir das? Ich glaube, dafür muss man es abreißen. Ja, das war ja jetzt keine coole Idee, das daneben zu bauen. Das machen wir mal weg. Und wir machen das weg und das weg. Und das machen wir auch weg. Und bauen dann hier erstmal die Brücke. So. Und so. Zweispurig, ja. Und kommen dann erstmal so weit runter. Dann müssen wir hier natürlich diese Straße auch noch wegreißen, ein Stück. Das ist halt so. Und bauen diese Straße da hoch. Und auch bauen diese Straße da hoch. was er nicht will, weil zu knapp ist. Noch mehr abreißen hier. So, jetzt sind die erstmal weg. Wir bauen von hier da dran. Ja, und bauen von da da dran. Gut. Das haben wir geschafft. Geben denen jetzt die Chance da dran zu fahren. Was jetzt gerade nicht so geht. Das ist jetzt doof, ja. Weil diese Straße dann nicht funktioniert. Wie ich sie gerne hätte. Und hier switcht der da dran. Das geht schon mal. Das bedeutet, jetzt fahren wenigstens schon mal welche da hoch. Und da. Die fahren wieder drauf. Sehr interessant gelöst. Wir müssen unter dieser Brücke erstmal drunter herkommen. Und dann hoch nach da. Schließt ihr das gerade da auf der Hälfte an? Nee, hat er nicht gemacht. Ja, das heißt das funktioniert nicht so wie ich es vorhabe. Und das hier müssen wir noch mal ändern. Und da reißen wir noch ein Stück mehr ab. Kommen von hier hinten schon mal. Und zwar hoch. Da hin. Schließen da an. Kommen mit der Straße hier parallel noch an. Und kommen dann da drauf. Nee, da drauf. Mag er jetzt auch wieder nicht. Aber so. So, jetzt können wir das hier wahrscheinlich anschließen. da ist noch ein Stück Straße, was weg kann. So, diese hier quälen sich jetzt nicht mehr da rum. Weil der Verkehr gleich weg ist. Das bedeutet, dass der Bagger ist noch an. Es gibt immer noch welche, die da ran fahren, ne? Nee, wir wollen ja jetzt hier auch die Abfahrt haben. So geht's. Und jetzt ist er endlich leer. Das lassen wir. Das kann weg. Und das muss jetzt von da nach da angeschlossen werden. So. Jetzt können die runterfahren und müssen nach rechts fahren. Ich hoffe, die drehen jetzt hier nicht, ne? Sondern fahren dann darum da hin. So, gleiches Problem, wenn wir hier haben. Zweispurige Straße. Noch ein Stück verbreiten. Verlängern. Marker jetzt nicht anschließen, ist klar. Dann nochmal das letzte Stück weg. So. Haben wir? Ja, haben wir. Warum macht er das jetzt nicht mehr? Anderes Werkzeug. Hier geht jetzt nichts mehr. Das ist auch voll toll. Das bedeutet wahrscheinlich auch noch dieses Stück Straße abreißen. Einmal bitte jetzt hier raus aus dem Ding. So, jetzt geht's. Das muss nochmal weg. Jetzt da rein, da rein. Jetzt hier so irgendwie hin. Ja. Und kurz verlängert. Wahrscheinlich bis dahin und so. Okay. Hier fehlt irgendwie der Strom gerade. Aber wir wollen jetzt hier erstmal runterfahren. Dieser Straße. so. Und hier müssen wir nochmal so eine Kurve hinkriegen, die wir aber schon haben. Müssen wir aber gerade ein bisschen ändern. Ja, das kommt noch weg. Die sind schon ganz gut unterwegs. Jetzt ist noch die Frage mit denen hier. Hm. Die können da von der Bahn rauf, aber nicht runter, sehe ich gerade. Na, da müssen wir auch noch was machen. Darunter nicht ansnappen. Fast. So, da kann man rauf und runter fahren jetzt. So, und hier. Klappt das nicht, ne? Und da klappt das auch nicht. Da müssen wir erstmal gucken, dass wir die vier Spure dahin kriegen. Das funktioniert schon mal. Also, die können jetzt rauf, aber nicht runter, wie wir gerade sehen. Das bedeutet, hier ansnappen. Mag er nicht. Das bedeutet, nochmal das Stück abreißen. Und das nochmal anpacken. Und da schon mal hochgehen vielleicht. Und da anpacken. die können dann nur rechts. Dann passt das. Ja, sollte erstmal so funktionieren, oder? Staut sich natürlich jetzt auf der Brücke. Verkehrsregelung hier unten ist wie. Ja. Ist so, ne? Die müssen anhalten. Die drehen da sogar. Die müssen anhalten. Die müssen anhalten. Und die müssen anhalten. So, aber jetzt ist gerade der Verkehr okay, oder? Wie sehe ich das? So. Da können wir mit leben. Die fahren da runter. Ja, kommen wir mit klar, oder? Diese Fußgänger. Doch, da läuft einer. Also wird der auch angenommen. Jetzt müssen wir nur gerade noch den Strommasten da neu machen. Fertig. Und läuft. So, der Stau baut sich gerade hier wieder auf. Oder wie sehe ich das? Noch geht's aber. Okay. Sieht nicht schön aus, aber selten, ne? Die fahren jetzt da lang, die fahren da lang. Jetzt ist die Frage noch, ob es hier nur Dreher gibt. Müssten wir mal hier das Stück angucken. Ne, die fahren alle nach rechts. Das bedeutet, das ist alles gut. Und die fahren alle nach links. Dann hat das geklappt. Die drehen da noch, anstatt hier lang zu fahren. Wohl es da auch welche gibt. Ja, die Dreher sind nicht so toll. Okay, ist aber so. Das ist schon mal gut, dass das jetzt so läuft und dass das so läuft. Alles klar. Dann würde ich sagen, soll es aber für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abahne habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr eine Info, wenn ich das nächste Mal ein Video hochlade. Kommentare sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt es hier rein, damit wir was machen können, was wir hier vielleicht verbessern können. Schön, wie gesagt, ist das hier nicht. ÖPNV gehörte vielleicht ein Stück dazu, aber nicht wirklich. Also wir haben den Verkehrsfluss natürlich verbessert. ÖPNV sind wir noch keinen Schritt weiter. Ich weiß auch noch nicht, wie ich da weiter vorgehen möchte. Aber das müssen wir uns nochmal angucken. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.